Moin zusammen, liebe Freunde der Elektromobilität. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wenn man sich die Schlagzeilen einschlägiger Medien heutzutage anschaut, könnte man fast meinen, wir stehen kurz vor dem Ende des Elektroautos. Ist die Elektromobilität womöglich gescheitert, bevor sie richtig angefangen hat? Das ist natürlich Quatsch. Aber keine Frage, bei uns findet gerade eine ziemliche Stimmungsmache gegen das E-Auto statt. Trotzdem muss man so ehrlich sein und auch mal zugeben, dass es bei den vielen heute verfügbaren E-Autos, egal von welchem Hersteller, durchaus handfeste und sehr reale Gründe für Kritik gibt. Und das spricht sich natürlich auch bei den Kunden rum. Alleine durch schlechte Presse kann ich mir nämlich den Rückgang bei den Verkaufszahlen, der gerade stattfindet, nämlich nicht ganz erklären. Denn dass zum Beispiel bei VW ganze Schichten gestrichen werden und die Elektrowerke nicht ausgelastet sind, das ist ja Fakt. Bestimmte Modelle verkaufen sich gerade nicht so gut und auch bei den Vertragshändlern, da stehen Elektroautos teilweise wie Blei in den Verkaufsräumen. Woran liegt das also? Machen die Hersteller vielleicht irgendwas falsch beim Bau ihrer E-Autos? Da ist ganz vorne mit Sicherheit der Preis. Aber das ist eben nicht alles. Da gibt es auch noch eine ganze Menge anderer Gründe. Nach den ersten Jahren der Early Adopter geht es jetzt nämlich in den Massenmarkt und dort trifft man plötzlich auf ganz andere Erwartungen als am Anfang. Obwohl Elektroautos in den Bereichen Ladeleistung, Reichweite oder Bedienung immer besser geworden sind, da bewerten die Käufer ihre Autos immer kritischer. Die Bereitschaft der heute schon E-Auto-Besitzer, das eigene Auto an Freunde und Bekannte weiter zu empfehlen, ist innerhalb eines Jahres deutlich zurückgegangen. Trotz der technischen Verbesserung vieler Modelle sinkt also die Zufriedenheit der Besitzer. Das Marktforschungsunternehmen Uscale hat Mitte 2023 zum fünften Mal in Folge eine Zufriedenheitsstudie zu den verschiedenen E-Auto-Herstellern durchgeführt. Und nein, dabei ging es nicht um die Verarbeitungsqualität, sondern um die wirklich wichtigen Dinge, nämlich Fahren, Reichweite, Navigation, Bedienkonzept, Klimatisierung, Connectivity-Apps und natürlich das Lademanagement. Bei der Befragung von mehr als 4.500 Besitzern der verschiedensten Marken, da kamen doch ziemlich deutlich die bestehenden Probleme zum Vorschein. Und was für Probleme es bei den verschiedenen Herstellern gibt, ja, das schauen wir uns heute mal an und werden dabei möglicherweise die ein oder andere Überraschung erleben. Das wird ziemlich spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Solange der Vorrat reicht, gibt es bei Shop Ford Tesla jetzt noch einen weiteren Rabatt, nämlich 15 Euro auf die nächste Bestellung bei einem Mindestbestellwert von 150 Euro. Den Code findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und das Tolle ist, ihr könnt beide Rabattcodes miteinander verbinden und so sogar doppelt profitieren. Tatsächlich ist in Deutschland im Vergleich mit anderen Industriestaaten die ganze Berichterstattung über E-Autos gerade auffällig negativ gestimmt. Wer nach einem populistischen Aufregerthema sucht, der schimpft einfach über E-Autos. Und damit liegt er immer richtig bei seiner Klientel. Wir Deutschen, wir betrachten uns ja immer gerne als führend im Automobilbereich und dementsprechend gilt dann natürlich das, was bei uns gerade passiert, auch gleich pauschal für die ganze Welt. Das heißt in der Praxis, sinkende Verkaufszahlen bei E-Autos in Deutschland die läuten weltweit den Untergang einer ganzen Technologie ein. Also so fühlt es sich jedenfalls an, wenn man aktuell bei uns was über Elektroautos hört oder liest. Und es ist ja auch tatsächlich ein Körnchen Wahrheit dabei. In Deutschland sind die Verkaufszahlen von E-Autos im Vergleich zum Vorjahr spürbar gesunken. Zumindest in den ersten drei Monaten 2024. Bäm. Also doch. Aber Moment. In Großbritannien sind die Verkäufe um 21% gestiegen. In Frankreich um 33%, in den Niederlanden um 42%, in Belgien sogar um 71%. Selbst in Norwegen, wo der Anteil der neuen Elektroautos sowieso schon extrem hoch ist, da sind die Verkaufszahlen in den ersten beiden Monaten von 2024 um mehr als 50% angestiegen. Und von China, da will ich gar nicht erst reden. Ihr seht, nicht Deutschland ist der Trend, sondern global sieht es genau andersrum aus. Weltweit geht es eindeutig in Richtung E-Mobilität. Laut einer Studie von Allianz Trade kann man weltweit für 2024 von einem Wachstum des E-Auto-Absatzes von knapp 33% ausgehen, europaweit sogar gut 42%. Woran liegt es also, dass wir in Deutschland irgendwie hinterherhinken? Haben wir das falsche Mindset? Oder liegt es vielleicht doch an den Autos, die uns deutschen verwöhnten Autofahrern eben nicht das bieten, was wir wollen? Das mit der Kundenzufriedenheit ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn wenn ich zum Beispiel einen Nachbarn habe, der mit seinem VW ID.3, MG4 oder von mir aus auch Tesla Model Y nicht zufrieden ist, dann wird sehr oft die ganze E-Mobilität infrage gestellt. Nach dem Motto, diese E-Autos taugen doch alle nichts, der Bernd von nebenan kauft sich nächstes Mal auch lieber wieder einen Verbrenner. Im Vergleich zu Verbrennern, die über 100 Jahre lang optimiert wurden, da stehen batterieelektrische Autos immer noch am Anfang. Die Hersteller müssen anscheinend irgendwie die neuen Use Cases der E-Mobilität erst noch verstehen und ihre Fahrzeugkonzepte eben an die Nutzerwünsche anpassen. Die Studie von Uscale zeigt da sehr schön, wo hier noch die großen Probleme sind und vor allem welcher Hersteller noch die meisten Hausaufgaben machen muss. Immerhin können wir festhalten, Elektroautos werden im Vergleich zum vorletzten Jahr objektiv besser. Das sagen auch die Studienteilnehmer. Die durchschnittliche reale Sommerreichweite, die steigt immerhin von 311 Kilometer auf 323 Kilometer. Die durchschnittliche maximale Schnellladeleistung steigt deutlich von 103 auf 125 kW. Aber trotz der technischen Verbesserung vieler E-Fahrzeuge, da sinkt interessanterweise die Zufriedenheit der Besitzer. Bei der Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Marke einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen, ging der sogenannte NPS-Wert, das ist eine Kennzahl für die Weiterempfehlungsbereitschaft, von 30 auf 18 zurück. Wir sind ja immer noch in der unteren Hochlaufkurve bei den E-Autos. Bei jeder neuen Innovation, da gibt es sogenannte Adopter-Segmente. Die Early Adopters, die sind ja durch. Das hatten wir vorhin ja schon gesagt. Welche Segmente kommen dann danach als Käufer in Frage? Klar ist auf jeden Fall, die Käufer jedes Segments, die haben einen unterschiedlichen Blick auf das Produkt. Und nach den Early Adopters gibt es häufig einen Bruch. Und genau das sehen wir jetzt gerade auch beim E-Auto-Absatz. Und wenn ihr euer E-Auto möglichst günstig laden wollt und dazu auch beim Strom zu Hause Geld sparen möchtet, dann solltet ihr euch vielleicht mal Tibber anschauen. Tibber ist ein digitaler Stromanbieter mit einem dynamischen Stromtarif. Das bedeutet, ihr zahlt da keinen festen Preis pro Kilowattstunde, sondern das Ganze richtet sich nach den Preisen der europäischen Strombörse. Und tatsächlich verdient Tibber eigentlich gar nichts am Strom, sondern nur an der Grundgebühr, die ihr zahlt. Die beträgt nämlich 5,99 Euro pro Monat. Und der Strom wird im Prinzip genauso weiter berechnet, wie die Preise an der europäischen Strombörse sind. Plus Steuern und Netzgebühren natürlich. Das Ganze läuft bei Tibber voll digital. Das heißt, ihr habt mit der Tibber-App sogar Vorhersagen für den nächsten Tag. Also wie werden sich die Stromkosten am nächsten Tag entwickeln? Und zwar stundengenau. Damit könnt ihr die Ladezeit eures E-Autos auch über die Tibber-App zum günstigsten Zeitpunkt automatisch starten. Das heißt, ihr könnt es so einstellen, dass automatisch euer Auto geladen wird, wenn die Strompreise am niedrigsten sind. Also Tibber und Elektroauto, das passt perfekt zusammen. Ihr ladet dann nicht nur günstiger, sondern auch noch grüner. Denn wenn der Strom günstig ist, dann ist auch am meisten Ökostrom im Netz. Falls ihr jetzt sagt, hey, das wäre ja auch was für mich mit Tibber, dann habe ich unten in der Videobeschreibung den entsprechenden Link für euch. Also ich würde sagen, schaut da doch mal rein. Und jetzt kommen wir schon zur spannenden Frage, welche Hersteller denn am besten in der Lage sind, sich auf die Anforderungen des elektrischen Fahrens einzustellen. Denn wenn wir die Frage nach der Wahrscheinlichkeit einer Weiterempfehlung mit einer bestimmten Marke verknüpfen, dann sehen wir hier drastische Unterschiede. Auf Platz 1 ist hier Tesla, wo 69% der Besitzer ihr Auto weiterempfehlen würden. Gefolgt von Porsche und Genesis, knapp dahinter BMW. Wir erinnern uns kurz, maßgebend für eine Weiterempfehlung ist scheinbar nicht die Verarbeitungsqualität, denn wie sonst sollte dann Tesla auf Platz 1 sein, sondern ganz andere Qualitäten wie Reichweite, Software, Ladeperformance, Konnektivität und so weiter. Besonders erschreckend ist in dieser Auswertung, dass VW und Audi nur von 32 bzw. 33% der Besitzer weiterempfohlen werden. Also zwei Drittel der Käufer würden so ein E-Auto nicht empfehlen. Das ist doch regelrecht niederschmetternd. Und ganz große Probleme bei der Zufriedenheit haben auch die Marken Opel und Peugeot aus dem Stellantis-Konzern. Wo gibt es denn jetzt den meisten Handlungsbedarf? Im Prinzip haben wir drei Großbaustellen bei den E-Autos. Da ist erstens das Laden und die Reichweite. Zweitens E-spezifische Funktionen. Und drittens die Connectivity und Software. Die Bauqualität, die spielt also eher eine untergeordnete Rolle. Also Spaltmaße sind da eher weniger wichtig. Am meisten Probleme sehen die Käufer tatsächlich bei den App-Funktionen. 47% sehen hier Handlungsbedarf. Gefolgt von 42% bei der Reichweite. 41% bei der Ladeleistung. Und 40% bei der Softwarequalität. Und jetzt nehmen wir mal die einzelnen Hersteller unter die Lupe. Wo sehen die Besitzer da die Schwächen im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Marken? Fangen wir mal mit Tesla an. Die sind auf Platz 1 und hier scheinen ja die Kunden am zufriedensten zu sein. Also die Frage hier war wieder, wo sehen sie den größten Handlungsbedarf bei ihrem E-Auto? Und man sieht im Vergleich zum Durchschnitt aller anderen Marken, da punktet Tesla in allen E-spezifischen Themen, hat aber noch immer deutliche Schwächen bei der Qualität. Und diese E-spezifischen Themen, die scheinen eben das wichtigste Argument dafür zu sein, dass Tesla so weit oben liegt bei der Weiterempfehlung. Und wie schlagen sich die deutschen Premium-Hersteller dagegen? Bei denen ist es fast genau andersrum. Audi, BMW und Mercedes, die brillieren in den klassischen Kerndisziplinen des Automobilbaus. Aber gleichzeitig stehen sie vor großen Herausforderungen in den E-spezifischen Themen. Man beachte, BMW hat nur 3% Handlungsbedarf bei der Qualität. Tesla hat nur 3% Handlungsbedarf bei der Software. Da sieht man hier gleich, wo wer welche Stärken hat. Und wie sieht es im VW-Konzern bei den Marken VW, Skoda und Cupra aus? Auch Volkswagen beherrscht die klassischen Tugenden des Automobilbaus. Blechbiegen ist einfach deren Domäne. Interessant ist, dass Skoda-Besitzer anscheinend die Qualität hier noch am besten beurteilen. Fast so gut wie BMW-Besitzer. Die Softwareprobleme, die sind allerdings nach Meinung der Käufer gravierend. Auch Audi leidet unter massiven Beanstandungen zur Connect-App und zur Softwarequalität. Dazu auch noch geringe Reichweite und hoher Verbrauch. Die Softwarequalität schlägt sich auch bei den Konzernmarken VW und Cupra durch. Und im Prinzip prägt das in der Summe den kritischen Gesamteindruck. Machen das denn jetzt die asiatischen Hersteller besser? Genesis, Hyundai und Kia aus Korea haben sich anscheinend gut auf die neuen Herausforderungen eingestellt. Deutliche Schwächen zeigen sich hier eigentlich nur bei der Routenplanung. Das ist klar, denn die gab es bis vor einem der letzten Software-Updates entweder gar nicht oder auch nur rudimentär. Und bei der Ladeleistung, da ist Genesis bei der Zufriedenheit Spitzenreiter. Obwohl auch Kia und Hyundai 800-Volt-Systeme haben und eigentlich ähnliche Ladegeschwindigkeiten anbieten. Das schlechtere Abschneiden der beiden Marken liegt vermutlich daran, dass mit dem Niro oder Kona auch Autos mit deutlich schlechterer Ladeperformance angeboten werden. Und die scheinen den Schnitt der Zufriedenheit dann deutlich runterzuziehen. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen die chinesischen Hersteller. Der Angstgegner der deutschen Automobilindustrie. Bei denen soll ja alles viel besser sein als bei uns. Wie sieht's denn damit jetzt aus? In Wahrheit haben auch chinesische Hersteller mit Software-Problemen und der Konnektivität zu kämpfen. Zumindest hier in Deutschland. Polestar kann hier von der Zusammenarbeit mit Google irgendwie überhaupt nicht profitieren. Und verhaltene Ergebnisse liefert auch MG. Während da die Reichweite positiv bewertet wird, gibt es massive Kritik an e-spezifischen Bedienkonzepten, Routenplanung und Software. Beim Rest liegen die Chinesen so im Mittelfeld. Marken wie BYD oder Nioh sind 2023 leider noch nicht in der Umfrage enthalten gewesen. Und da wird es spannend, wie sich die beiden Neulinge dann im nächsten Jahr schlagen. Wer fehlt noch? Richtig, Stellantis. Die Marken von Stellantis, die zeigen echt großen Handlungsbedarf in nahezu allen Kategorien. Und die massivste Kritik, die gibt es dabei zur Connect-App. Mit den Marken Opel und Peugeot bildet Stellantis echt das Schlusslicht des ganzen Rankings. Opel und Peugeot-Fahrer bewerten alle e-spezifischen Aspekte durchgängig unterdurchschnittlich. Das würde bedeuten, wenn mit einem Stellantis E-Auto in die Elektromobilität einsteigt, wird das dann mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit zum Nachmachen weiterempfehlen. Hier liegen einfach Reichweite, Ladeperformance, Bedienkonzept und die Software weit hinter den Erwartungen der Kundschaft zurück. Wohlgemerkt laut dieser Umfrage. Man darf gespannt sein, ob Stellantis mit den neuen Modellen, die sie jetzt rausbringen, auf einem besseren Weg ist. Von den deutschen Marken machen also, so wie es aussieht, nur Porsche und BMW vieles richtig. Tesla bleibt trotzdem in puncto Kundenzufriedenheit ungeschlagen und die Gründe dafür sind leicht nachvollziehbar. Denn auch wenn nicht jeder das Konzept von Tesla mag, kaum ein anderer Hersteller hat das E-Auto mit all seinen Use Cases so weit zu Ende gedacht wie die. Und das zahlt sich dann beim Kunden entsprechend aus. So, das waren die Ergebnisse der Zufriedenheitsstudie. Und was glaubt ihr denn? Haben diese Probleme auch Einfluss auf die Verkaufszahlen bei den E-Autos in Deutschland? Wir haben gesehen, dass es fast bei jeder Marke große Kritik an den e-spezifischen Funktionen gibt. Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne, ob ihr euch mit eurem Auto bei der Zufriedenheit dort wiederfindet oder ob ihr vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht habt. Und falls ihr meinen Kanal mit mehr als einem Daumen nach oben oder einem Abo unterstützen möchtet, dann schaut euch doch mal die Kanalmitgliedschaft an. Denn damit bekommt ihr ein paar kleine exklusive Vorteile und könnt meine Videos schon vor allen anderen sehen. Vielleicht ist das ja was für euch. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Wird mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.